ja was machen wir denn als nächstes dass wir den truinen machen wir glaube ich das sagte ich ja ich muss scharni rosenwein und märchen rocken muss man ihm schauen ob ich davon schon irgendwas besitze dieser ort steckt das ist so freut mich dass ihr auch wieder dabei seid leute moment nehmen ja ich werde das meine ganz so verdammt macht ja ich muss mal eben schauen was habe ich denn hier das gold wie danisches kirschwodka rosenwein und märchen rocken wo krieg das denn jetzt schon wieder her soll man hier kaufen können ist das so habt ihr euch entschieden tafelwasser hier ist die märche so das ist aber erst eine von den sachen das war jetzt richtig das ist doch normal wie ganz heute habe ich das falsche gekauft ich bin hier gerade nicht mehr durch ich zieh das mal ich bin hier gerade nicht mehr durch ich zieh das mal dann schauen ich weiß was habe ich da leute ich kriege rosenwein kirsch wort glaube ich bin ich gerade total durch den winter ich kann mir nicht mal so was merken ist das denn die märische war da habe ich jetzt auch das richtige gekauft war wie das jetzt schon gekauft war was ich richtig nicht ich drehe durch das ist jetzt das richtige was soll man angeblich alles hier bekommen aber wo sollen wir denn rosenwein und kehrschwodka her bekommen das hat sie doch gar nicht das ist bestimmt auch nicht das was sie mein oder ja ja Was ist das? Das ist kompliziert. Ich vergeude meine Zeit. Das gibt es nicht. Leute, wo kriege ich das denn jetzt her? Das ist nicht lustig. Boah, hey Leute, das tut mir jetzt gerade echt leid. Ich weiß halt einfach nicht, wo ich das herbekommen soll. Ach, Mann. Ja, egal, Leute. Wir kommen so nicht weiter. Ich mache jetzt erstmal die Quest weiter. Weil ich hätte natürlich noch mal schlafen gehen können. Das mache ich auch mal. Meine Eierjocken? Oh, vielleicht ist es 7 Uhr genau. Ja! Meine Eierjocken. Taufen des Ordens. Herr? Darf ich mich? Pardon? Lebt wo? Okay. Der möchte scheinbar kein Geld verdienen. Es ist ein Widerspruch. Ich bin... Was kann ich hier mitbringen? Ja? Ey, irgendjemand muss doch... Afrikanischer Brand. Gänsemtümchen. Ich verstehe das nicht, Leute. Uff. Katrin Gold. Volle Idee. Bringt mir die Zeit. Kann's los? Natürlich. Wie oft wollt ihr noch? Genau. Das nervt langsam. Dieses ewige Frage. Obwohl er schon das Geld bekommen hat, Mann. Ein neuer Kunde? Das war's. Gibt es hier noch irgendjemanden, der Special Beer besitzt? Die Wa... Mhm. Was hast du denn hier? Katwit... Das gibt es doch gar nicht. Emil Komisch mit Tina Rosé. Haus in Rot. Timärischer Brand. Kirsch Geist... Timärischer... Rockenwodka. Vedanscher Kräutervodka. Ey, Leute. Das gibt es nicht. Das Zeug. Oh, ich bin grad echt zu... blind. Loser. Vergesst. Das geht. Der Kerber. Oh, ich bin grad. Das ist das nicht. Bis zum nächsten Mal. Boah, das haut schon ordentlich rein Leute, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Und so und wir snacken mal eben wieder was, also kann es dann doch ganz schnell mal grenzlich werden. Sehr schön. Ah, da kommt noch einer. Ich glaube, wir müssen noch was snacken, wa? Sorry, suck, suck. Super. Hat das mir diese Zungen noch nicht? Steh nicht. Da tut mir auch schon fast wieder ein bisschen leid, dass wir gerade nur so rumdümpeln irgendwie. Wo ist denn meine Triade? Gwynblade. Was macht ihr denn hier? Das ist ein Gehirn. Erzählt mir von eurem Leben. Erzählt mir, Brokilo. Seid ihr, wir haben. Erzählt mir, der Brokilo. Seid ihr, wir haben. Was? Das ist. Erzählt mir, wir haben. Ach man, ich möchte irgendwas. Man, da gibt es, gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Erzählt, Brokilo. Seid ihr, wir haben. Das ist. Das ist doof, ey. Naja, egal. Der Hierophant hat sich auf die Suche nach neuen Hunden. Seid ihr einer der Narren, die auf der Suche nach einem magischen Getränk sind? Der Kreis der Macht beschert uns einen. Wie ging das Rezept? Eine doppelte Dosis Nieswurz und eine Prise gehackte Hunspetersilie. Ja, ja. Dieser Trank könnte sich als nützlich erweisen. Warum habt ihr mir die Formel für einen Trank gegeben? Weil ihr die Ziegelbrenner unterstützt. Ich dachte, ihr könntet diese kleine Hilfe brauchen. Er heißt Weide und erhöht eure Resistenz gegen Lähmung und Verwirrung. Sehr nützlich, wenn man es mit Ziegelbrennern zu tun hat. Danke. Okay. Okay. Ihr solltet besser tagsüber im Sumpffraum spazieren. Seid ihr einer der Narren, die auf der Suche sind? Was gibt's? Du hast doch bestimmt... Herr Wodka. Around Tinktur. Daumen Tinktur. Der hat das auch nicht, Leute. Das gibt's doch nicht. Ihr Druiden kontrolliert die Kräfte der Natur, nicht wahr? Ihr Druiden kontrolliert die Kräfte der Natur, nicht wahr? Nein, das können wir nicht. Vielmehr leben wir nach ihren Röthmen. Dennoch dressiert ihr wilde Tiere. Und ihr könnt einen magischen Sturm beschwören? Nein, ich meine ja. Aber nicht mit Gewalt. Nun, ich benötige einen Sturm mit Donner und Blitzen. Könnt ihr einen erschaffen? Das kann ich, aber wie gesagt. Ich würde dafür bezahlen. Nennt es eine Spende zur Vermeidung weiterer Umweltkatastrophen. 500 Ohrens. Das ist zu viel. Alles wird teurer. Und irgendwie müssen wir auch leben. Na gut. Dann eben 500. Kommt wieder, wenn ihr bereit seid. Ja, super. Wo soll ich denn jetzt das Geld hernehmen? Boah. Wie soll ich denn jetzt 500 Ohrens? Ich muss den Druiden 500 Ohrens für den Sturm bezahlen. Boah, jetzt ernsthaft. Wie soll ich das denn machen? Kirsch-Wodka. 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 Er hat noch schon irgendwas mit Kirsch gelesen oder nicht? Oh, ich bin so... Scheiße. Kostet der Sturm immer noch 500? Kostet der Sturm immer noch 500 Ohrens? Und keinen Ohren weniger. Besteht Mutter Natur auf ihre Gewinnspanne? Macht euch nicht über das Heilige lustig. Lebt wohl. Boah, was soll ich denn machen? 500, ey. Weil jetzt bereut man das, dass man das ganze Geld ausgegeben hat. Wie scheiße, die man noch nicht mal gebraucht hätte. Das ist das Schlimme dabei jetzt. Tja, Leute, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Oh, scheiße. Oh, ja. Und jetzt... Oh... Oh, ja. Oh. Oh... Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Leute ist das ätzend Nein Wenn ich schon wieder drauf gehen Wir gehen nur zum Kräuterpflücken raus Ok Leute, hilf mir mal Rosé, ist der mit Tina Rosé das vielleicht? Kirsch Geist Tinktour Kirsch Geist Tinktour Ja Schwatka soll das aber sein Boah Leute, das finde ich furchtbar Jetzt hängen wir hier fest, weil wir kein Geld haben Ein neuer Kunde? Kunde Und dann kommt diese Schnachnase immer noch Wohin von wie? Bring mir Zeit es Ja, ja, wie sagen wir Jedes Mal verlieren wir fünf Ohren, ey Sonst hätte ich Ich persönlich habe nichts gegen Hexer Aber ihr solltet die Straßen dieser Stadt nicht betreten Hm Ja Ja Drachenflut Ich weiß echt nicht wie wir das Wie wir das anstellen sollen Leute Kann ich diese Ja Bombendinger verkaufen Ey Gefalle ich euch? Mhm Leute, ich weiß nicht mehr weiter Ja 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 Ich hab' Ja Ja Ich hab' Ja Ach, ich hab' nicht mehr Schraub' Ich hab' nein nein er wisst ihr was ich stelle kalt kann er jetzt erst mal zu rede man nicht auch ich brauche geld erfahrt man sich doch echt wo ist das ganze geld geblieben ein brenner hoch mit dir so wieder blablabla das ja auch bergenbrand ja tut mir leid ich kann nicht so viel gerade erzählen kalt brenner ich hatte gewöhnt dass ihr zusammenarbeitet ich hatte gewöhnt dass ihr mit jahre zusammenarbeitet ihr haltet mich für den anführer der salamandra ich lache mich tot gleich nicht mehr ich bin ganz sicher mit dieser maske des gelehrten haltet ihr mich nicht zum nahe ich bin ganz sicher mit dieser maske des gelehrten haltet ihr mich nicht zum narren ihr seid ein narr gerald so jetzt wurde das abgeschlossen das ist ja klasse und ich habe nichts bekommen dafür ja leute die quest hat uns jetzt noch nicht mal was gegeben lieben 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 Bis zum nächsten Mal.